so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde hier bei starbound eine gute manhattan ist auch wieder mit dabei und ich war hier gerade eben sieht auch aus wie eine tankstelle infinity express kann man hier noch mehr kaufen irgendwie plutonium oder so ach man kann auch ein archius kristall sich holen wofür der gut ist habe ich keine ahnung und schokolade aber ich glaube mit dem sprit den wir jetzt bekommen haben kommen wir auf jeden fall in den gamma sektor und dann bin ich gespannt vor allem wir haben ja noch haben wir noch diese eine quest oder be prepared titanium aber bring mir cake wir haben keine so dann auch zurück zum schiff und ich nehme einfach den nächsten gamma sektor den wir irgendwie in der nähe haben seid ihr bereit los zu machen bist du bereits ja okay dann habe ich das fuel rein in den dann haben 140 fuel ich hoffe das lenkt ansonsten müssen wir noch mal ein bisschen pixel sammeln ich denke schon so ich setze mich drauf wo sind wir hier also das hier ist gerade das ist frozen star alpha beta das ist ein gamma aber der macht mir angst der ist weit weg ne ich gucke hier gerade noch das sind epsilon halt warte mal wir sind jetzt in einem delta müssen wir dann runter zu alpha oder müssen wir hoch zu alpha gamma beta und wo sind wir delta delta also müssen wir in den gamma ja hätte ich jetzt auch wieder gamma ne alpha gamma beta ok also gamma steht dran mostly harmless im ersten moment ich gucke mal durch wo ein bisschen wo ein bisschen was schwieriger ist ich will ja nicht hier in irgendeinen was wirklich gucken wo wir hingehen also frozen star lapin minus was haben wir denn hier delta lapin minus was haben wir harmlos red risky dangerous sollen wir den mann im riski was steht high levels of radiation 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 das ist nicht so das war ja ja ok dann lassen wir den mal also der hier risky high levels of radiation wieder ja ja was haben wir dafür ein dangerous temp ist dangerously low ok also ein planet den wollen wir nicht no breathable was haben wir den high levels of radiation temp ist dangerous low so harmless 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 also das wäre jetzt auch ein delta wo ich gerade reingeguckt habe aber dann gucke ich mal hier drüben den gamma mostly harmless ach das war der hier harmless mostly harmless soll ich mal hier rüber fliegen vorüber in den gamma kurs ist 878 der direkt aber was macht der was hat es da irgendwo radioaktivität oder nö gar nicht das ist einfach nur der nächste sektor ja ich hoffe das ist der nächste also hier steht dran das ist ein gamma also es ist ja nicht so wie früher dass man ober auswählen kann a b c d sondern ich gucke in welchen sind wir ein bisschen den delta wenn wir noch nicht der nächste sektor etwas sein na also hier ist ein alpha noch ich habe keine ahnung gravity harmless die es sagt es steht halt überall harmlos dran aber dann würde ich sagen probieren wir mal ein gamma wir probieren es einfach mal bis zur not ich habe noch genügend kohle dann können wir da auch genügend andere sachen kaufen so ich fliege uns mal rüber da ist auch noch ein epsilon was ist ein epsilon ich habe keine ahnung mostly harmless wie viel fuel brauchst du bis dahin habe ich noch nicht mal guckt dann klick mal da drauf Moment ähm also ich nehme jetzt nehmen wir den da ist ein bitter da ist ein gamma so ich nehme mal hier irgendein planeten heat extreme magma no breathable atmosphere ja den will ich ne extreme auch nicht dangerous gamma ok gamma ist offenbar ein bisschen schwer also das den nehmen wir auf jeden fall mal gar nicht ok ich gucke mir mal gehen wir mal auf den epsilon da hier haben wir ein mostly harmless ich brauche 116 fuel das heißt ich komme da hin oh fuel desert wheels little planet life sollen wir den nehmen warte mal ganz kurz ich gucke hier mal schnell also was ist denn eigentlich unsere quest die wir weitermachen wollen ähm wir müssen ja noch den keg machen und äh die hauptquest ist ja irgendwas wegen ähm die hauptquest habe ich jetzt gerade gar nicht die hauptquest ist titanium amor besser gesagt moment wir da weiter kommen dass wir ja ja die ersten boss titanium ok dann gucke ich mal wo ich titanium finde moment star bound titanium so und zum besten titanium star bound wiki ähm ähm äh äh moderate and risky planets soll heißen ja wir müssen auf moderate oder risky planets gehen und wo sind die risky planets ja die habe ich ich habe ja gerade vorhin einen vorgläsend moment ich gucke mal hier der hier ist harmless der hier ist extreme der hier ist auch extreme das ist halt bitter äh 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 ein moderator hätte ich gern so extreme ja auch überall extreme also bitter alter ist gar nichts ähm ich ich nehme mal den hier hier ist mal ein alpha guck doch mal schnell hier, ich habe hier eine Seite, vielleicht sieht man das ein bisschen besser. Na ich gucke hier gerade auch, Moment. Mostly harmless, ich will ein Risky. So, gucken wir, Betarino, Dangerous, Evergama, Better, Dangerous, ja gucke ich gerade auch, bin gerade in einem Risky, ich habe einen Planeten, Risky, High Levels of Graduation und es sieht nach grün aus, ja wunderbar, Radioaktion brauchen wir nicht, da bin ich gerade gefangen. Okay, ja wollte ich, hier habe ich noch einen Dangerous, aber ich brauche einen, ich hätte gerne einen Moderaten, der ist Dangerous, der ist Risky, Poison's Ozen, High Levels of Radiation, ist alles blöd, Dangerous, Temp Dangerous Low, sollen wir den ausprobieren mal? Wie viel fuel brauchst du da hin? 75. Ich denke mal, aber wir können es nur versuchen. Okay, dann fliegen wir hin zur Not, da gibt es ja noch mehr Planeten in dem, und ja, ich denke wir bauen uns dann erstmal da, wo wir landen, gleich mal ein Feuer aus. Hast du jetzt auch einen Stuhl hinter mich gebaut, oder was? Ja, ja. So, ich hatte doch hier gerade irgendwo ein schönes, wo ist das? Ich hatte doch hier, ich hatte doch hier gerade ein, ich suche das, hier in der Truhe hatte ich ein Feuer drin. Lagerfeuer? Lagerfeuer, Campfire. Ach, du hast schon geschnappt. Ach, eins. Oder zwei im Inventar. Okay, und was ist in der Truhe drin? Irgendwie werden alle die Truhen leer. Ja. Oh, wir sind schon da. Ja, wir sind da auf dem Eisplaneten. Ich bin gespannt. Auf dem Eisplaneten? Yep. Oh. Der nicht kalt? Yep, der ist kalt. Deswegen sage ich ja gleich Campfire ausstellen. Oh, oh, oh. Oh. Okay, Gott sei Dank hat da schon jemand direkt bei uns hier was ausgestellt. Aha, aber ich sterbe trotzdem. Okay, ich glaube wir sollten wieder hoch. Ich bin gestorben. Scheiße. Okay, Eisplanet, doofe Idee. Ich schaue mir einen anderen in dem, in dem Sektor an. Alter, dein Ernst. Äh, er zur Not, da gibt es auch ein Stargate wieder in der Nähe. Was ist denn? Kommst du wieder hoch? Warte kurz. Ich mach kurz gucken, wo ich hier bin. Also ich bin hier in einem Delta und ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Mach schnell gucken. Okay, ich gehe auf jeden Fall mal kurz zu dem... Ah gut, hier bin ich auf dem Anfangs-Server. Also auf dem Anfang. Okay, ich gehe mal kurz zu dem Stargate, das wir ja eh schon hier haben. Dann kann ich das nämlich gleich hier in unser System mit aufnehmen. Und kostet ja, solange wir im gleichen System sind, kostet es ja kein, äh, kein Fuel. Wir müssen tatsächlich wahrscheinlich zuerst in den Alpha, dann weiter forschen bis zum... Ja, aber wir haben doch in einem Delta begonnen, oder? Ja. Okay, ja gut, dann fliegt man halt zu einem Alpha. So. Ich kann dir gleich mal schnell das System äh, sagen, wo wir hin könnten und das ist Alpha, äh, Symbius, äh, 19, Generalstar. Okay, ähm, ja, ich muss nur ganz kurz, ich muss nur ganz kurz nachkaufen, mischt. Ich hätte gleich zum Walmart gehen können. Ich kaufe noch mal ein bisschen Fuel. Weil vorhin war ja auch das Problem, dass wir Alpha, Gamma, Beta und, äh, Gamma immer nach, äh, ziehen mussten. Und das, äh, denke ich auch, dass man im Alpha-Sektor startet. Und, ähm, ja, weit heraus. Also, auf der Internetseite wird auch empfohlen, vom Alpha-Sektor weiterzugehen. Okay, ja, dann gucke ich, dass... Das sind 60 Fuels hast du, wo du brauchst. Ja, warte, ich hab noch mal ein bisschen Fuel nachgekauft. Warte, ich schicke dir das per WhatsApp-Gruppe. Also in der WhatsApp-Gruppe, wo ich, äh, da hinten, wo du da hin musst. Also, ich hab hier Alpha-Symbius-19. Warte kurz, ich schicke dir kurz die, ähm, du kannst ja die, äh, Minus- und so Zeichen ja auch hinmachen. Und deswegen... Na, ich gucke hier gerade die Planeten durch. Wir brauchen ja nur ein bisschen Stärkeren. Deswegen will ich dir ja die Daten schicken, was du genau brauchst. Okay, dann gib mir mal die Koordinaten mit XY. So, ich hab sie per WhatsApp-Nachricht geschickt. Das ist in einem Beta-Sektor. So, müsste raus sein. Da kommt sie gerade rein. So, also, dann tippen wir es mal ein. Minus 27. 1, 8. 3, 2, 1, 0, 8. 2, 7, 2. 1, 4. 2, 0, 1, 7, 1. Okay. Okay. Okay, das ist... Ein Ocean-Gebiet. Beta-Rino. Beta-Ocean-Gebiet. Beter-Ocean? Ja, ja, ist ein Ocean-Gebiet. Moment, ich gucke nochmal. Ich hab sie eingrebend gerade eben. 27, 18, 32, 1, 0, 8, 32, 1, 0, 8, zu 72, 14, 20, 1, 7, 1, 27, 18, 32, 1, 0, 8, zu 72, 14, okay. Er zeigt mir hier gar nichts an. Klick doch einfach mal da hin. Ja, ich habe, okay, ja, das ist Betarino Geminoris, da bin ich ja eigentlich schon drin, aber jetzt ändert er mir auch wieder hier diesen, jetzt gebe ich es nochmal ein, zwei, nach, dann wechselt er wieder auf die große Karte, 1, 0, 8. Ja, dann bist du aber in einem Sektor drin. Ach, Beta-Apps-Sekt, oder? Ja. Okay, Beta-Apps-Sekt. Und welchen hast du da genommen? Einer mit Ocean. Ah, hier, Moderate, ich habe ihn gefunden. Ja, genau, Moderate heißt er. So, okay, dann go. Oh, das war auch teuer, 60 fuel. Hm. Mal schauen, wie viel fuel du noch hast. Du hast noch 61. Ja, das sehe ich, okay. Ich habe nämlich jetzt gegoogelt und habe gesucht, wo er am besten friedlich ist und da wurde mir gleich der angeboten. Dann habe ich den eingegeben, geguckt und dann von meinem Stattauspunkt sind es 164 fuel von Delta-Sektor. Ja, ich habe ja schon ein bisschen was ausgebend und wir waren ja schon ein bisschen in der Nähe. Ja, ja. So, aber wir sind hier noch schön drin. So, ich glaube, 1730 ist auch schon vorbeimischt. Ja, ja, aber... Eine Cosmix sehe ich jetzt auch nicht. Warte, ich nehme ihn mal wieder runter. So, uns mit rein. So, der ist allerdings noch auf leise. Und wir können... Sieht schon angenehm aus. Ja, ist mir lieber als dieser Ice Planet. Wahrscheinlich brauchen wir da erstmal irgendwie... Ja, einen Gravity Suit oder irgendwas. Oh, die sieht ja mal ganz unab. Was hast du da für Kakteen dir rausgesucht? Das ist ein Moosplanet. Was ist da unten? Vorsicht, ich bin fast runtergefallen. Ja, ich kann hüpfen. Oh, der will kämpfen. Oh Gott, hat der auch viel Leben. Na, bei mir ist auch gerade hier Spaßparty. Da habe ich Leder bekommen. Lol, die Kakteen kann man sammeln. Ja, klar. Alter, der Baum ist ja fett. Guck mal. Guck mal den Baum an. Du hast doch jetzt Pulsjump oder nicht? Hast du die nicht dran gemacht? Ah, doch, habe ich. Ich habe bloß vergessen, es zu verwenden. So. Na, die Kohle nehmen wir mit. Ich habe jetzt so viel Ausgeben für den Flug. Okay, er hat gute Stärke. Oh, was sind denn das immer für Gräben, die sie da rein gezogen haben? Eine Ahnung. Hallo Vogel. Nicht. Oh, hier ist eine Kiste schon mal. Oh, oh, ich warte, 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 Tenz, warte ganz kurz. Ja. Gib dir gleich mal was, dann vielleicht da freust du. Autsch. Da freust du dich. Komm mal, hier hoch. Ja. Moment. Ich glaube, die Waffe würde, glaube ich, besser zu dir passen. Was ist denn das für ein Viech? 129. Ja gut, ist nicht ganz so stark wie... Schieß mal. Moment, ich gucke mal. So, geht. Damit kann man arbeiten. Hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich bin ein Held. Das ist ein Ocean-Gebiet mit Sand. Das ist cool. Wow. Ich denke nur immer, hier sind überall Höhlen und dabei ist das irgendwie nur so Vordergrund, Hintergrund. Oh. 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 Schwierwoll. Frist es. Frist es. Oh. Was 210. Ja, GG. Ja. Hasta la vista, baby. Vorsicht, Tannefeld. Äh, Tanne. Palmefeld. Palmefeld. Oh Gott, ey. Das ist anderer Wood. Das ist wie anderes Holz. immer warte mal kurz Vorsicht kommt er erhält mir macht Yellow und ich habe irgendwas gelungen Tja, das habe ich dir aber auch nicht gesagt Au und ich guck mal wie genau was für hier gibt es überall so, hier gibt es überall die dass wir neue Bandagen haben Cooler Planet Was war drin? Ein Tech und zwar dass ich Rainbow Bad lernen kann Pink Fuffy Unicorn Pink Fuffy Unicorn Pink Fuffy Unicorn Das war also bei uns im Raid dann irgendwann auch angefangen zu singen Also du machst mehr Schaden als ich mit der Waffe Ich hau auch direkt drauf Mach's von hinten Ja Falkel So, du kümmerst dich ja drum Hilfe, ich habe keine Waffe So geht es Anhauen umhauen Roboter Toll Der hat halt ein Schutzschild, du Äubel Hab ich auch Guck mal, hab ich auch nicht So Jajajajaj Du weißt schon, dass sie immer böse sind Oh, scheiße Hab ich dich umgehauen? Ja Du hast mich gerade getötet Seit wann kann ich mit meiner Waffe dich töten? Das frage ich mich auch So, tut mir echt leid, war echt keine Absicht Ich wollte gerade angreifen und du mit der Waffe Boom War echt keine Absicht Oh, da ist ein Da ist ein Dungeon Achtung Ich schieße Weiß 300 Pixel Da guckt man halt runter, oder? Ey, ey, guck mal Ist jemand drin? Oh, 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 oh Ja, ganz tolle Idee Ich kann nicht schießen, wenn du vor mir stehst Ist doch Ja, jetzt kann ich Wow, wieviel der mir abzogen hat er dafür Ja So sollen wir nicht runter gehen? Moment Ich würde zuerst mal umkreisen Okay So, mach ihn fertig Ich kann Ich will nicht so Ich habe einen Laser-Dion bekommen Irgendwas Oh, ich habe was gesehen Machst du hier unten die Pixel? Nein, wieder ein Teleport-Core Ach so In der Kiste Pink, Fluffy, Unicorn Oh Gott, oh Gott Oh Gott Vorsicht, ne? Oh, stimmt Da unten ist ein Freund von dir Stopp! Stopp nochmal So, zum Looten ist er dann wieder pünktlich da, der gute Whitey So, klar Die habe ich ja schon früher geliebt Du hast früher sicherlich Handwerk gespielt bei WoW, oder? Oh Gott, du lässt Hells? Ja, ich bin noch da Ich würde ich eigentlich ganz gut Ah, okay Da waren nur Pixel drin in der hier Was ist hier drin? Oh, eine neue Einhandwaffe Dann dazu Titanium Ohr Echt? Geil! Können wir brauchen? Ja, warte, ich schmeiße dir nachher zu, dann kannst du alles lernen Ok, Moment Dann warte ich hier auf diesem Plateau weiter oben Ja, ich brauche hier nicht Und leuchte mit meinem Ohr, das sieht ja geil aus Taschenlampe im Sandsturm Ich habe keine Taschenlampe bei Ich mache hier einen Leuchtturm für dich Hier sind noch mehrere Kisten, deswegen, ich will sie nicht unbedingt aufgeben Ah, soll ich, warte, dann komme ich zu dir wieder rüber So, wo bist du denn? Da unten, oder? Ich habe meine Waffe gefunden Ich sehe dich gerade gar nicht, wo du hin bist Eine, eine Teil, äh, eine Tieren, äh, die hat... Nicht Diamant Ohr, äh, nicht Diamant Ohr Nicht Diamant Ohr, äh, nicht Diamant Ohr Guck mal, was ich habe Ok, was wollte ich mich landen lassen? Autsch Äh, warte kurz, ich muss dir das Titanium Ohr, äh, rauswerfen Dann lernst du es, da, bei der Kiste drüben ist es Ok, ja, habe ich gelernt Titanium Debel, Titanium, alles mögliche What the hell, 960, ähm, wie heißt es, ähm... Pixel? Pixel drin Wieso kaufe ich eigentlich immer den Sprit? Boah, haha, ha-ha-ha-ha-ha-ha Guck mal, komm mal gucken Ja? Hui, Helligkeit, huiii, Helligkeit Coole Waffe, macht meine sowas auch? Ja, meine macht sowas auch Ich brauche keine Katzenlampe mehr Ja warte, ich muss mich kurz heilen, aber meine Waffe ist zuletzt, ja gut, die Ausdauer wird sich fix weiter, du hast dich getroffen, so, ich nehm doch lieber wieder die Taschenlampe, die macht weniger Schaden, da wollte mich gerade angreifen, ne, ich bin eigentlich tot, ja das sagen sie alle, du hast nur ne Vorwärtsverteidigung gemacht, der arme Hamster, ich schicke dir noch seinen Freund runter, ja wunderbar, ich bin tot, aber egal, echt, dann machen sie eh da unten nichts mehr, so, dieser Pulsjump ist ganz okay, ne, oh Gott, jetzt hat er mich getötet, er schießt halt auf mich, wie kann man, ja dann schon zu mir, 30% Pixels los, danke schön, wollte ich nicht, so, wir sind wieder da, wir porten uns runter, zum Weißbier, ich seh schon, pass auf mit deiner Schuss, ich seh schon, wie du wieder auf mich schießt, so, kümmer dich um ihn unten, ich leuchte, so, jetzt schießt er schon wieder, ich warme dich, wenn ich wegen dir sterb, da drüben was getroffen, ein Rainbow Stuhl, den kannst du gerne nehmen, Pink Fluffy Unicorns, Dancing on Rainbow, Pink Fluffy Unicorns, ich hab nen Ohrwurm Scheiße, oh da ist noch was größeres, aber der ist lieb, der war lieb, Nein, der ist auch lieb, der aber nicht, Oh, der nicht, weh, 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 Das Vieh hat mich noch getroffen. Ich will gar nicht wissen, wenn hier ein Boss kommt. Was ist der für ein Schaden noch? Warte mal kurz. Mal weg. Oh, 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 ich hab was getroffen. Ich weiß nicht die Rolle. Ich bin begeistert, dass ich ihn getroffen habe. Ich geh einfach hier mal noch ein bisschen weiter. So, kümmere dich mal um den da unten. Ach, mach ich nicht? Okay. So, ouch. Hab ich gelernt. Ich hab doch so drauf gehauen, das macht dir doch nix. Ja, das hört sich aber an. Au, 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 au. So, da ist wieder dein Märchen. Oh, ich schlieb. Die halt überall hier die Pixelchen legen. Autsch. Oh, hier ist auch wieder irgendeine Höhle. Leute, ich hab zwei Einhandfeuerwaffen. Moment. Hast du da unten gefunden? Ja, ja. Oh, es wird langsam Tag wieder. Sehr schön. Mal gucken, ob das funktioniert. Hab ich hier zwei Einhandschusswaffen, was ich ein bisschen cooler finde. Jetzt hab ich grad eben gedacht, jemand schießt auf mich hier. Oh. Okay. Da drüben. Was ist jetzt passiert? Ach, ne. Hamster! Wo bist du? Ich bin schon ein bisschen weiter gegangen. Ja, wunderbar. Oh, scheiße. Und da ist wieder so ein Piratenlager. Echt? Wieder so schlimm. Na, warte. Ich guck mal, ob ich... Okay, das bringt rein gar nichts. Ja, sie stehen halt da. Oh, jetzt kämpfen sie hier gegen Vögel. Ich überleg grad, wie ich sie am blödesten treffen kann. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich guck mal, ob ich es so geschafft. Okay, ich versteck mich. Ja, versteck dich ganz kurz, bis ich wieder da bin. Äh, runterporten zu weit wird. Die gehen echt rein. So. Können sie bitte irgendwelche Vögel? Ja, ne. Da unten sind ja noch. Hallo. So. Geht das? Warte kurz. Ich komm auch hoch. Was war drin? Äh, ich hab zwei Karpotage und ein Automatoshake hab ich. Ach, Automatoshake. Das war diese, diese Metallpflanzen. Oh. Ja, schießt du nur. Komm. Noch ein bisschen Zielschießen. Ich geh ganz weit weg. Oh, ich kann's. Nimm mal du. Ich hab'n sicher. Kann nicht verwenden. Jetzt. Leuchten. Das ist normal. Aber. Na, ich komm. Nochmal leuchten. So. Irgendwo ne Zivilisation wär doch schön. Oh, hier. Das Feuer nehmen wir doch gleich mit. Aber die Schluchten hätten, die Schluchten hätten sie auch ein bisschen kleiner machen können. Das lieb. Nein, der ist nicht lieb. Wie er halt schon wieder auf mich schießt und zieht. Oh Gott. Ja, ist klar. So. Nimmst du deine normale Waffe oder schießt wieder auf mich? Nimmst du nicht? Jetzt sind Trauben. Wuuuuff. Trennt halt in meine... Geil. Trauben? Nehm ich mit? Nimmst du? Den Wein leer. Jo, ist sie gekommen, wie sie revalorieren heute hier. Das Viech hat mich gerade mit einem Held gekämpft. Aua. Naja, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr. Oh, ist tot. Naja, der Vogel hier ist auch nicht ganz so besicht. Aber man merkt schon, langsam werden sie moderat. Jaja, deswegen auch. Aber finde ich gut. Also bei den normalen Planeten ist sie langsam echt ein bisschen langweilig geworden. Er ist lieb. Der war lieb. Der nicht. Rage. Rage! Rage! Oh, da unten kommt wieder dein Lieblingspanda. Ja? Werden treffen. Sonst schieße ich. Ja, probier's doch. Ich schieße ja nur durch den Baum durch. Ah, hier waren wir schon mal. Hä? Oder nicht? Die habe ich gerade eben gebaut. Ah, die hast du eben gerade gebaut. Aber... die haben... die haben... weil hier vorne gleich... äh... ich denke mal... die Lampe kommt, wo ich hingestellt habe. Schauen wir. Die sehen wir ja gleich. Oh! Aber die Sonne da hinten sieht ja auch geil aus. Ja, ne... ich... ne... wir sind... wir sind am... äh... überrundet, weißt du wieso? Wieso? Ich kann hier nichts mehr abpflanzen, weil hier vorne Favors abpflanzen konnte. Aber hier kannst du... Okay, hier waren wir noch nicht durch, oder was? Doch, hier waren wir schon durch. Es ist so sauber. Hier sind wieder Favors. Hier ist eine Kiste vor allem. Ja, da... da... da sind wir schon durch. Okay, dann... einmal hoch aufs Schiff wieder runter, dass wir am Start kommen sind. ne... Ach ja, stimmt. Und dann... bauen wir unser kleines... äh... beam down. Na ja, Moment. Dann machen wir da unseren ersten kleinen... Stimmt, ich habe hier wirklich keine... so... machen wir hier dann, äh... ne... unseren kleinen Außenposten hier. Außenposten? Ja, also... ich meine im Sinne von, ähm... dass wir hier halt das Zeugs aufbauen und dann nach unten graben. Jetzt macht er meinen Pseudo-Acker weg. So... Ich wollte da oben halt schön, dass wenn wir landen, nicht gleich so tief abstürzen. Ja, ja, aber ich will was anderes machen, in Minecraft. Ähm... Was würdest du machen? Haben wir es? Da habe ich so viel Glas in den Moment, da... stehe ich jetzt nicht. Mal gucken... So... Ach, du machst das aus Holz? Warte doch kurz. Okay. Das ist mir auch lieber. Oh, da unten... Da unten wartet schon ein Freund hier. Legst du dich wieder mit... Legst du dich wieder mit Kollegen an? Au, 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 au! Boah, das wäre gerade schier ein Seception-Mod gewesen. So... Drei Laternen zeigen, dass wir hier... Unser Lager haben. Also heißt es... Here we go. Ähm... Ich will zwar erstmal gucken... Dass ich ähm... Hier ein paar... Oben ist auch noch irgendein Ohr. Hallo, 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 hallo! Sie sind jetzt sogar zwei hier. Hast du genügend Torches? Und da unten ist nicht... Ähm... Ich hab 111 mit dabei. Haha! Der war schön! Vorbeigesachen! Ja, klar! Töte mich halt! Schießt von hinten drauf. Ach, du hast es nicht gelernt. Vorher hast du mich schon getötet. Und jetzt nochmal. So, hier ist Sandkacke. So, hier ist Sandkacke. Oh! Da ist dein Freund. Ich hab' hier... Ich hab' hier... Oh! Ach, klar! Du musstest ja unter Vorsicht! Na ja, ich seh schon... Ja, und klar! Ich bin tot! ich glaube ich mache eine runde pause wir haben jetzt 18 20 18 30 vielleicht wechsel ich ganz kurz auf aber du kannst gerne noch weiter spielen ich lasse uns auch noch an so ich mache aber auch die youtube folge zu ende ich danke euch vielmals fürs zuschauen mich hat es mal wieder verwischt ja wir sehen uns in der nächsten folge dann haben wir hoffentlich ein bisschen titanium gefunden oder wird uns eines finden damit wir uns eine schöne neue rüstung machen ich danke dir vielmals fürs zuschauen und bis dann tschau